Hallo meine liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren... Moment... Oh Gott, ich bin so umf... Oh mein Gott, nicht schon wieder... Nee, egal, das nehm ich jetzt auf mir, egal. Ich hab vergessen, meine Folge zuzuziehen, weil ich seh am Bildschirm fast gar nichts von lauter Sonnenschein. Und ja, ich hock hier drin, während die Sonne draußen scheint, das ist sehr gut. Holi ist so pro... Holi ist so gut. So, egal, da schneid ich nicht draus. Ich hab wieder erlebt, wie der Holi rumfällt. Okay, also noch mal herzlich willkommen mit eurem lieben Holi hier in Jump'n'Run Mario. Let's play Nintendo Wii U! Hust! Ja! Ich hoffe, ihr werdet weiterhin Spaß haben bei mir. Wir legen auch gleich mal los Gamma-Jagd in Drehwurmtour und der kleine Baby-Yoshi, der steht dann über der Tür und der passt auf uns auf. Äh, ich bin doch in den Schloss gegangen. Aber egal. Okay. Ähm... Was ich sagen wollte... Ja, und zwar folgendes. Alle, die beim Livestream dabei waren, haben ja mitbekommen, dass euer lieber Holi Speedruns macht in Mario 64. Ich hab schon damit angefangen zu üben am nächsten Tag schon. Und ich muss ehrlich sagen, es läuft nicht mal so schlecht. Es läuft richtig, richtig gut. Und das Game... Wow! Ich weiß übrigens nicht, was ich drücken... Was ich jetzt drücken soll oder... Oder soll oder muss. Weil ich hab die ganze Zeit so viel gesuchtelt. Mario 64, die ganze Steuerung. Ich spiel übrigens auf der Wii U im Wii-Menü auf der Virtual-Konsole. Und dort spiel ich dann Mario. Das werd ich auch dann so beim Stream machen. Da werd ich dann... Äh, wenn dann am Samstag der Stream startet. Speedrun Mario. Da muss ich kurz den Stream stoppen. Denn... Die Elgato hat einen kleinen Delay. Das heißt, ich muss den Stream stoppen. X-Blitman aufmachen und einen Delay beim Mikrofon reinhauen, damit das synchron ist. Oh mein Gott, was bist du? Oh mein Gott! Was bist du? Nee! Ich bin hier rauf, verdammt! Komm schon frei ein! Und jetzt! Und Angriff! Und tschüss! Du dober Eis-Elektromant. Das erinnert mich an Elec-Man aus Mega-Man. Beim Livestream. Oh mein Gott! Der mit der Peitsche, der mit dem elektronischen Dingens da Tatsan seid oder so. Okay. Wow. Okay. Hätte ich mich nicht holen müssen, aber egal. So. Dann gehen wir hier rauf. Übrigens, die Sternmünzen sind mir jetzt vollkommen egal, wie ihr merkt. Die sammle ich gar nicht. Wow! 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 Aber das ist nur die Überlegung. Das ist noch nicht fix, Leute. Das ist noch nicht fix, was ich jetzt sage. Ich habe vor, Speedruns von Mario 64 zu streamen. Moment, ich muss hier nicht so... Okay, das geht nicht anders. Ja, das muss ich so machen. Unter der Woche. Sprich, wie ich übe und so weiter. Es kann sogar sein, dass heute schon ein Livestream kommt von Super Mario 64, wie ich das übe. Oder ansonsten morgen oder irgendwann halt. Aber ich habe das... Wow. Wow. Okay, nicht viel drauf. Oh, wir sind schon... Ja, sehr nice. Da kommst du rauf und das ganze Spiel ist so programmiert, dass der dann gleich hier so einen Blitz runterwirft. Hammer, nice. Soll ich sehen irgendwas? Ah, doch, ja, nice. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir haben dafür doppelte Leben jetzt. Bestellen wir nicht so schnell. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich weiß nicht, wann der Stream startet. Vielleicht streame ich jeden Tag ein bisschen Mario 64 Speedruns. Mal schauen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich euch sagen, es macht tierischen Spaß mir, Mario 64 zu speedrunnen. Natürlich ist es schwer. Man muss sich wirklich sowas von einüben da. Aber ich kann bis jetzt zwölf Sterne. Also bis jetzt schaffe ich es, Speedrunnen mit zwölf Sterne. Oh, Moment. Begeht der... Wow. Wow. Okay. Das ist nicht gut. Komm schon. Okay. Und jetzt rauf. Zack. Oh, nice hammer, nice hammer, nice holy. Konzentration, konzentration. Moment, ich muss wissen. Und zack. Und bam. Und einmal noch. Einmal noch. Komm schon, komm schon. Oh Mann, der Fettsack, ey. Hat zu viel Doping genommen. Komm runter da. Bops, bobs, 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 bobs. Ich will. Du Fettsack. Nein. Nein, 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 nein. So. Zack. Runter da. Bops, bops. Jetzt. Nice. Haha. Also, lasst euch überraschen. Und wie gesagt, es macht tierische Laune. Ich weiß nicht, ob ihr das selber probieren wollt, aber ich hab tierischen Spaß mit Mario 64, das zu speedrunnen. Das zu können, hat so viel Skill, das macht so viel Bock. Im Moment spiel ich nur noch das. Also. Ich will ja immerhin fit sein für euch am Samstag dann, wenn dann der richtige Stream kommt, sprich der richtige Speedrun. Speichern natürlich. Dopp, 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 speichern. Ja gut. Und wir gehen auch gleich mal weiter. Wir schl- wir... Öh. Wir vergessen die Sternmünze, wir brauchen die nicht. Oh, nächste Level. Schwiebewand füllen. Ich will ja fit sein am Samstag und deshalb übe ich jetzt jeden Tag. Ich glaub, gestern hab ich... Wie viel lang? Öhm, so circa... Fünf Stunden Mario 64 geübt oder so. Aber es macht tierische Laune. Ich hab übrigens einen Meister, der Sykes, der kann bis 40 Sterne. Oh mein Gott, der Sykes, der kann das bis 40... Was? Wieso kann der Baby Oshy denn nicht? Kannst du den ersten Baby Oshy? Oh, das kann er schon. Okay, wenigstens kann er nicht erscheinen. Dopp, 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 dopp. Ach, hier ist doch egal. Ich rasche durch. Ich rasche durch. Ich rasche durch. Mir egal. Hobs, bobs, bobs. Mein armer Baby Yoshi. Nein. Ich bin jetzt voll traurig. Oh mein Gott. Ach komm schon, jetzt kann ich die auch nicht nom nom hören. Hobs, bobs, 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 bobs. Ich bin jetzt traurig. Die haben... Du, du, du! Du, du, du! Wow, 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 Leute. Wow, wow, wow. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, warten, schießen, springen, springen. Äh, da müssen wir die Stämme, die ist uns egal. Wir laufen hier durch. Du, 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 du. Und... Sprung! Du, 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 du. Nein, 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 nein. Du, 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 du. Hobs. Oh, la, 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 la. Wow, wow. Und woher führt uns das? Zum Ziel, wow. Oh, was? Was macht die Stämme zu da unten? Wie soll man die denn holen? Alles klar. Alles klar. Gut, dass wir die Stämme jetzt nicht mehr sammeln, denn das wäre ziemlich viel Zeit kosten. Zack. Oh, ne Baby-Husche geht aus. Woops. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Mario hat es geschafft. Keine Stämme, wir sind gut. Wir haben so viel Skill. Holy hat so viel Skill. Was mich übrigens wundert, dass ich hier jetzt nicht gestorben bin. Aber, ist okay. Das passt schon so. Hä? Schloss? Nice. Wir sind schon am Schloss? Leute, wir sind schon beim Schloss. Hammer, nice. Ne, das geht's flott. Ja, ich muss Gas geben. Wir haben uns nicht mehr viel Zeit. Robobobobobobobobobob. Röhe ist Gefahr am Fließbandfestung. Röhe ist Gefahr am Fließbandfestung. Röhe ist Gefahr am Fließbandfestung. Das ist gutes Deutsch. Röhe ist Gefahr am Fließbandfestung. Röhe ist Gefahr am Fließbandfestung. Röhe ist Gefahr am Fließbandfestung. Wow. Okay. Alles klar. Äh, stimmt, ist egal. Geht hier runter. Ah doch, kann ich holen. Okay. Erstersterb, Mundschä. Mundschä. Wieso? Kann ich hier? Ja. Wow. Okay, alles klar. Wow. Wow. Ich bin doof. Okay, jetzt. Zack. Bambambambamb. Ist das hier irgendwas? Blö? Irgendwas? Ja. Ich kann hier doch rauf, oder? Da kann ich doch rauf. Da ist bestimmt irgendwas. Ja, okay. München, toll. Die gibt es eh schon überall. Dupadu. Das sieht übrigens auch sehr verdächtig aus hier. Sprung. Ne. Wow. Sieht das verdächtig aus? Ne. 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 Wow. Man, der Mario ist so fett. Ich sollte mich das nächste Mal ducken, dann geht das. Oh. Ja. Ja, ja, ja. Das hab ich gesagt. Das geht schnell voran. So viel zum Thema. Es geht schnell voran. Gut, holy. Dobidolo. Wir haben keinen Bildscher. Gehen wir halt so voran, das muss auch so gehen. Prostgefahr am Fließband. die Gäste gut gut die 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 weiter geht Springer 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 ist nix gut und jetzt dieser diesmal machen wir es mit Skill Leute diesmal mit Skill Schau her jetzt kann nix und 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 nochmal P ein eh st bedeutet nix st ns Ich wollte ja noch weiterladen mit euch. Was wollte ich denn noch sagen? Oh! Moment! Rote Münchersammel! Da muss ich mich konzentriert. Ich kann mich nicht gleichzeitig auf Zeit konzentriert. Das wisst ihr. Upidu! Ja! Komm her! Pop, pop, pop! Eisblube! Das ist gut! Damit können wir die Gegner viel leichter down kriegen. Äh, damit kriegen wir die Gegner viel leichter down. Bessere Deutsch. Der Titel von diesem Level hat mich irritiert. Das hat richtig jetzt nur Blödsinn! Hammernice Holy! Okay, mach das jetzt. Was mach ich jetzt? Ich tue drauf. Wow! Ich tue drauf und wow! Alles klar! Alles klar! Jetzt stirbt jeder und cool! Okay! Okay! Ich kann es! Ich kann es! Ich kann es! Ja! Upidu! 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 Hä? Da gehts auch lang? Okay! Egal! Egal! Ist ganz egal! Hauptsache gebannt das Level! Upidu! Also jetzt bist du da... Wie heißt der Typ? Wie heißt der Gegner? Äh, Morton, oder? Upidu! 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 Und nichts wieder rein! So, mach dich auf was gefasst! Fettsack! Upidu! Upidu! Was? Mit ner Bazooka? Bist du mich verarschen? Okay! Alles klar! Wow! Okay! 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 Alles gebrifft! Upidu! 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 Aufidu! Komm schon geht raus! JA! JA! Geschafft! Wow! Der war definitiv neighbourhood sein Panzer als wie die anderen Gegner! Wir Ich hab' ich geschafft! Bobs Bobs! Ja... Bob, 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 Bob! Komm, verschwindet da! Kein Mensch braucht dich! Halt mit dir! Schöne Grüße am Bowser! Ja, geschafft! Hey Leute, es geht sogar noch ein Level aus! Wow, wir sind schnell unterwegs Leute, das ist der Hammer! Richtig nice! Was? Speichern! Ja! Speichern! Ja! Und weiter geht die Action! Mal schauen, was uns hier erwartet! Oh ne! Was ist denn das? Zuckerwattenwolkenzone! Okay, jetzt geht's ans Eingemachte! Du, dich hol' ich mir! Geisterhaus! Nein! Nein! Oh! Der nächste Cooper! Der hat styled! Geile Frisur, man! Bob, Bob, Bob! Ein Himmel voller Blocker! Und das geben wir auch gleich mal an! Wir haben zwar keinen Pilz, nix, aber ich hoffe mal, wir bekommen das sehr schnell! Oh, Wolken! Lachende Wolken! Dieses Level ist friedlich! Äh! Außer der Biber! Der ist doof! Ich hasse Biber! Vor allem Justin Bieber! Den mag ich überhaupt nicht! Aber das Thema wurde schon lange durchgekommen! Was? Okay! Wir gleiten auf einer Wolke entlang und werden diesen Spawner hier Blöcke, die unseren Weg erschweren wollen! Was aber nicht passieren wird! Denn ich hab's Kill! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Flieg der Münchern! Tul-ti-tu-tu.. Oh! Du-ke- Nob-nob-nob-nob-nob-nob! Ihr kriegt mich nicht! Giug-Tag-Essen gibt's diesmal nicht! die münche ja genau okay ich sterbe nicht sterben nicht sterben dass wir knapp dass wir knapp heute ist hier vielleicht irgendwo ein pilz bitte komm schon ich bin so was von gut egal ob die spaß ab und also schaut mal ab und zu auf twitch vorbei wenn mich diese bieber nicht nerven würden denn ich mache spontan live streams von mario 64 speedruns wie ich übe ihr könnt dabei zuschauen wie ich abfehle oder wie ich das halt alles übe was ihr dabei sein wollt einfach mal irgendwann randommäßig vorbeiswitchen urzeit will ich auch keine nennen es ist randommäßig halt nein 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 raus hier raus hier oh gott das alles für eine sterbenmünze obwohl ich die eh nicht mehr will so zack und jetzt jetzt runter okay und sprung und drüber und alles okay das war alles nur glück das war die führung sich durchglöckern dopp 9 noch noch ab die bieten noch ja Prozent der betritt okay es ist noch lecker warum wir laschen die ganz schön stelle durch das und sie kann durchsagen total schon unterwegs ähm wir machen auch eine blöte das gets-moche ab und auftauch der rektor ist euch noch zu labern mit ein paar dinge es kann auch sein nicht wieder meine stimme das gibt doch ich habe doch eh gestern keine entwege gewählt das holen wir aus joshin roboter bauten noch meinung und der wünsche nicht wieder runter auch kaum so jetzt habe ich schon mal erwähnt dass ich nicht mehr sammeln und lecker schmecken das sind so schneeflocken ob du da war auch nein 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 es muss nicht die münze joshin papier bitte bitte nicht 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 alles okay ich beschütze dich beschützt dich du bist bei mir sicher du bist bei mir sicher keine so kommt es schneller und was gibt denn tolles haa feuerblume nice nun kannst du wieder den fuzi essen nein joshin joshiii okay joshin hallo joshin joshin kenne kassiert das joshin joshin der ich du 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 ich du Kann ich hier? Nein. Wow. Ich kann hier rauf, oder? Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist ja auch nicht gut, Yoshi. Okay. Okay. Es muss ohne Yoshi gehen. So wie es auch tut im Herzen, aber es hilft nichts. Es muss ohne Yoshi weitergehen. Yoshi. Okay. Ich werde dich vermüßen. Aber geschafft. Geschafft. Und das ist mir noch in diesem Partner gut ausgegangen. Wow, Leute. Wir schaffen es definitiv bis 3 Ultimate Release, das durchzuspielen. Wow. Ich bin übrigens total froh, dass ich Zombios schon durch habe. Richtig froh. So. Wir springen jetzt nicht darauf. Ich gehe jetzt schnell mal hier rüber. So. Und Ben, der Part hier von Mario. Morgen geht es wieder weiter. Spannend weiter. Bald kommt das Schloss da um die doofe Hexe. Da können wir endlich wegkillen. Hoffe ich mal zumindest. Oh ja. Und ich hoffe mal, bald kommt Bowser. Den knall ich auch weg. Okay, Leute. Also, schönen Tag euch noch. Und ja. Bis morgen. Und ciao. Euer Holy Overland Out.